Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute gibt es den zweiten Teil von meiner Aufgebraucht im April-Reihe. Es geht um Lebensmittel und Haushalt. Und die Box ist voll, es sind auch einige große Teile dabei. Aber ich habe tatsächlich wieder einiges angesammelt und das möchte ich euch heute gerne zeigen. Ich würde sagen, ich starte mit Lebensmitteln. Das sind vier Teile und die presente ich euch jetzt proudly. Wir fangen an... Wow, das ist hier ja alles wieder ganz schön wild, ne? Vollid. Hat auch nichts gebracht. Wir fangen an mit diesen Produkten von Kopenrad und Wiese. Sind das diese Sahndesserts. Die hatte ich vor einer Weile mal gekauft, die waren reduziert. Da hat eine Packung nur 1,20 Euro gekostet, was bedeutet nur 60 Cent für einen Nachtisch. Fand ich richtig gut. Zweimal Himbeermascarpone, mein absoluter Lieblingsnachtisch. Richtig, richtig lecker. Und zweimal Mousse au Chocolat. Fand ich auch sehr lecker, aber kommt natürlich nicht an Himbeermascarpone ran. Aber auch richtig cool. Dann ein Gewürz, was ich euch heute mal vorstellen möchte, was ich euch ans Herz legen kann, weil es einfach richtig lecker ist. Und zwar ist es von Ostmann ein Gewürz. Das ist der China-Würzer. Steht einfach nur China-Würzer. Bla, 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 bla. Ich lese euch jetzt nicht vor, was da drauf steht. Ich kann euch sagen, was ich damit gemacht habe. Wenn ich mein Fleisch gewürzt habe oder würze, mache ich ganz oft einfach Salz, Pfeffer und dann Paprika-Gewürz. Oder halt diesen China-Würzer. Wenn ich übertrieben habe, habe ich halt auch einfach Hähnchen gewürzt mit Salz, Pfeffer, Paprika-China-Gewürz und einem Just Spices-Gewürz. Ganz oft benutze ich auch nur Just Spices-Gewürze. Aber dieser China-Würzer hier, der riecht richtig gut. Und ihr müsst euch davon nicht abschränken lassen. Also es riecht nicht nach irgendwie China-Essen. Wow, das hört sich so schlecht an. Nach irgendwie einem chinesischen Essen oder so. Man kann das einfach auf das Fleisch mit drauf machen und das einfach wie so ein cooles Fleischgewürz. Also finde ich richtig gut. Kann ich euch nur ans Herz legen. Und was ich für mich jetzt neu entdeckt habe, wo ich so begeistert war, wo ich, wenn ich das nächste Mal jetzt zum Einkaufen gehe, morgen oder die nächsten Tage, da werde ich das definitiv nachkaufen. Und zwar ist das von Milka die Lou-Schokolade. Wo so kleine Mini-Leibniz-Kekse oder so Butterkekse in den Schokoladenstücken sind. Wie lecker ist die denn bitte? Es ist ja echt... Breche mir dann so ein Stück ab. Dann wird natürlich erstmal überall die Schokolade rundherum aufgegessen. Und dann kaue ich immer einmal so ein bisschen davon ab. Und ich finde, es hat ein bisschen was Salziges, das Ganze. Ein bisschen wie Salted Caramel. Also nein, zumindest Salted. Ohne Caramel. Salted Cookie oder so. Richtig, richtig lecker. Also da habe ich so ein bisschen mein Herz dran verloren. Also die ist richtig gut. Ja, das war es schon mit den Lebensmitteln. Also es war richtig flott. Aber ich wollte euch die Sachen auf jeden Fall mal präsentiert haben. Und jetzt starten wir mit den Haushaltssachen. Und ich fange an, glaube ich, mit der Sache, die, glaube ich, am begehrtesten war in letzter Zeit. Klopapier. Welcome to the toilet paper land. Ich kann es euch nicht richtig zeigen, weil es verwischt immer. Also es ist von Ceva. Äh, Ultrasenses Mandelmilch. Habe ich mir, also ich habe das nicht gezielt genommen, sondern das gab es halt da. Und ich war froh, dass ich Klopapier bekommen habe. Habe das also gekauft. Ähm, das hatten wir. Und davor hatten wir noch ein bisschen Rest von einer anderen Packung. Also nicht, dass ihr denkt, wir verbrauchen sonst was wie viel Klopapier. Äh, von Happy End. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann überhaupt. Mit so Herzen drauf. Äh, Valentinstags Edition. Mit romantisch blumigem Duft. Ob der jetzt sein muss, weiß ich nicht. Aber war irgendwie, war irgendwie ganz süß. Ähm, das haben wir auf jeden Fall an Klopapier aufgebracht. Und wir haben tatsächlich auch noch ein sehr begehrtes Produkt aufgebraucht. Hallo. Es ist von Sacrotan für den No-Touch Spender. Entschuldigung. Äh, für den No-Touch Spender. Ähm, grüne Apfel und Jasminblüte. Hat richtig gut gerochen. Mausi hatte sich diese Sorte ausgesucht. Und ich habe erst gedacht, oh, mit Apfel. Aber das war richtig gut. Also, taugt was. Das war ja in dem einen Badezimmer. Und in meinem Bad war, ähm, ein anderes Produkt. Äh, von Isana. Also, ich muss sagen, die Verpackung ist wunderschön. Da kommt gar nichts gegen an. Das ist von Isana die Schaumseife White Blossom. Duftet nach weißen Blüten und grünem Tee. Richtig schön. Aber, Freunde, ich bin echt kein Fan von Schaumseife. Das funktioniert nicht. Und vor allem in Zeiten von Corona, wo man sich noch doller und gründlicher die Hände waschen möchte, finde ich Schaumseife einfach richtig anstrengend. Also, ich habe sie eine Weile benutzt und dann habe ich sie ins andere Bad rübergestellt und habe mir eine neue Seife aus dem Schrank genommen, weil ich das einfach nicht ertragen habe. Also, ja, sorry. Das Verpackung, wie gesagt, wunderschön, aber diese Seife, das geht nicht. So, dann habe ich hier noch so ein Krüppel. Ich habe hier einmal dieses Teil. Das sieht ein bisschen eklig aus hier, finde ich. So zerbrochen und weiß ich auch nicht. Das ist von Glade, der, wie nennt man denn das? Glade Discreet steht hier nur. Sensual Sandalwood and Jasmine. Das ist so ein Teil, was man, man kann das, glaube ich, auch aufstellen oder so. So, kann man das irgendwie auch hinstellen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist hier oben so eine Öffnung und dann kann man das über den Kleiderbügel drüber hängen. Und dieses Pad hier, muss man, glaube ich, ein bisschen einreißen oder irgendwas muss sich damit machen, muss man das dann hier so dranbatschen und das hat richtig gut gerochen. Das kann ich euch sagen. Also, richtig, richtig toll hat das hier im Kleiderzimmer gerochen. Aber es ist leider alle. Und jetzt muss ich mal ein neues besorgen. Als ich das letzte Mal beim DM war, habe ich das nicht gesehen. Da war es ausverkauft. Also muss ich mal schauen, ob ich das wieder finde. Ja, was ich leider auch gerade nicht nachkaufen kann, ist beim Action von Spargo Spargo Whatever. Die XXL Wipes. Ihr wisst, ich liebe sie. Ich kaufe sie immer wieder. Sie sind, also ich habe noch ein Backup, aber ja, diese sind alle. Und hoffentlich hat Action nicht mehr ganz so lange geschlossen. Das ist ja blöd. Was haben wir denn noch aufgebraucht? Ich weiß gar nicht, womit ich weitermachen soll. Ich mache einfach hier so mittendrin weiter. Von Domestos. Einmal Kraft-Universalreiniger. Das ist halt einfach so ein Rohrreiniger, ne? Den habe ich jetzt auch nicht von jetzt auf gleich aufgebraucht, sondern über einen gewissen Zeitraum. Und der ist aber ganz gut. Den kaufen wir auch immer wieder nach. Müssen wir jetzt auch nachkaufen, weil halt alles. Ähm, genauso wie, tada. Ähm, ich habe jetzt von W5 das gehabt, den WC-Reiniger, äh, Flower Fresh. Der war ganz okay, war, ich habe jetzt nicht so ein besonderes Verhältnis zu so WC-Reinigern. Also, mir ist das eigentlich egal, von welcher Marke die sind, ob es wirklich funktionieren. Und der funktionierte halt ganz gut. Dann, wo wir ja über Marken gesprochen haben, hatte ich ja vor einer Weile mal, hatte ich euch auch gezeigt, von Finish hier dieses Pulver, ähm, gekauft. Das hatte 1,95 gekostet. Und, was soll ich euch sagen? Ich finde es ganz schrecklich. Es ist der absolute Albtraum. Ich würde es gerne verschenken an meine Mama und sagen, herzlichen Glückwunsch zu diesem Hauptgewinn. Und würde mir gerne einfach wieder normale Tabs kaufen. Also, nein. Ich mag es nicht. Ich habe vielleicht auch, ähm, zu viel benutzt am Anfang. Keine Ahnung. Ich fand die Beschreibung hier drauf, glaube ich, auch nicht so geil. Und ich habe, ähm, ganz viele, so Küchenhelfer von Tuba, also so Pfannenwänder und so Kram. Und seitdem ich die jetzt öfter mal mit diesem Zeug hier im Geschichtspiel hatte, sind die total rau und so milchig, würde ich behaupten. Also, richtig, richtig schlimm. Und, ähm, die mögen das gar nicht. Und ich, ich werde damit irgendwie auch nicht so richtig, äh, grün, oder wie sagt man? Ähm, ja. Sorry, kann ich echt nicht empfehlen. Also, was ich, äh, empfehlen kann oder auch nicht, keine Ahnung, was genauso gut funktioniert wie alles andere auch, ist von Finish hier das Spezialsalz. Das war auch echt günstig. Das hat irgendwie unter Euro, ich glaube, 80 Cent oder so gekostet. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, von Finish, die Produkte sind teurer. Ähm, ja, habe ich zweimal jetzt nachgeschüttet. Und dann war es alle. Muss ich definitiv nachkaufen. Und, äh, sobald mein Geschirrspüler nicht genug, äh, Klarspüler oder Salz hat, ähm, merke ich das auch ganz schnell am Geruch von den Sachen. Finde ich richtig widerlich. Ganz, ganz, ganz ekelhafter Geruch. Und, ähm, ja. Deswegen muss das immer im Haus sein. Egal eigentlich von welcher Marke. Aber jetzt war es halt Finish, ähm, weil ich das beim DM gesehen hatte. Und, joa, was haben wir denn hier noch? Wir, auch, nee, nee, das hatte ich, glaube ich, mal beim Kick gekauft. Genau, beim Kick von Home & Clean, Edelstahl, Topfschwamm. Die waren halt hier drin, ne, diese silbernen Topfschwärme, die benutze ich halt immer, um, ähm, das Grillrost sauber zu machen. Oder auch, ähm, die Bleche oder den Backofen sauber zu machen. Eigentlich sehr selten für Töpfe, weil in meinen Töpfen eigentlich nichts so anbrennt, dass es damit gereinigt werden muss. Aber okay. Ähm, ja. Ja, das war auf jeden Fall gleich so ein Dreier-Set. Ja. War ein Dreier-Set. Ich hatte euch ja in meinem, ähm, Putzmittel-Video, so nenne ich es mal, hatte ich euch ja gezeigt, dass ich noch welche habe. Also da muss ich erstmal keine nachkaufen. Dann ist leergegangen von Alouette, das feuchte Toilettenpapier Sensitive für Kinder. Das war eine ganz süße Verpackung. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Das feuchte Slowpapier. Ich kann nicht so viel Spannendes zu erzählen. Ähm, vorletztes Teil sind einmal, äh, Allzweck, genau. Wow. Allzweck-Handschuhe. Ähm, einmal Handschuhe. Und das sind 50 Stück gewesen. Ähm, in der Größe ML. Die hatte ich mal von meiner Oma geschenkt bekommen irgendwann. Die kommt, äh, an sowas öfter mal ran. Und ja, haben jahrelang gehalten, sind jetzt alle. Ich habe aber noch eine Packung, hatte ich euch auch neulich gezeigt. Äh, und damit werde ich auch noch ewig keine auskommen. So, dann kommen wir schon zum letzten Produkt. Und es ist eine Tücherbox. Die ist gar nicht so schön wie sonst, finde ich. Die ist relativ neutral. Aber es war halt die schönste, die es an dem Tag da gab. Die ist von Alouette, also von Rossmann. Ähm, ja. Ihr wisst Bescheid. Tücherboxen sind bei uns immer am Start. Wir haben in mehreren Räumen welche. Und das ist einfach super praktisch. Gerade auch bei den Kindern, wenn die mal eben kurz ein kleines bisschen gekrümelt, äh, gekrümelt, gekleckert haben mit einem Getränk oder was. Nur mal eben kurz ein bisschen rüber wollen. Oder ihr Kaugummi da reinmachen wollen oder was auch immer. Dafür sind die echt gut. Ja, Freunde. Was soll ich sagen? Die Box ist leer. Das Video ist kurz vor seinem Ziel. Ähm, war jetzt heute nicht so spektakulär. Vielleicht wird es beim nächsten Mal wieder spannender. Also schaut beim nächsten Mal auch gerne wieder vorbei. Wenn ihr das Video doch gut gefunden habt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss.